Es geht los in 3, 2, 1, Bäm. Das ist das falsche Intro. Oh, scheiße. Fühlt er so langsam zum Running Gag oder was? Verdammt. Dann nochmal. Ich muss trotzdem noch ein bisschen leiser machen. Es war ganz schön wummig. Wir sind ja hier nicht, ne? So, jetzt geht's los. Ich drücke mir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. So, das war der Richtige. Danke dir. Ja, bitte. Ja, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da. Ja, ne? Elias in Sarabröken. Hallo. Hallo. Und der Karol in Dresden. Genau, ja. So macht man das. Richtig, genau. Der wunderbare, unübertroffene, unerreichbare, tolle Elias. Olli ist nicht da. Ach so. Ja, also nur im Geiste und im Chat, weil es ist Plauderstunde. Wir sind wieder live. Ist es Mittwoch, 22 Uhr 18. Aber lassen wir das, die technischen Probleme. Genau. Wir sind live zu empfangen auf Twitch gerade. Und natürlich auch im hauseigenen Stream von Historia Universalis. Also überall, wo ihr möchtet. Vielleicht tut ihr das auch gerade. Ihr lauscht gerade auf Twitch oder auf stream.studio-link.de-geschichtspot. Wie auch immer. Schön, dass ihr dabei seid. Und schön auch, wenn ihr das jetzt nicht live hört, dass ihr euch diese Folge wieder heruntergeladen habt. Und ja, unseren Stimmen und unseren wirren Gedanken lauschen möchtet, die wir heute von uns geben. Plauderstunde heißt es ja nicht umsonst. Heißt ja deswegen Plauderstunde. Weil wir vielleicht eine Grundidee haben, worüber wir sprechen wollen. Aber ansonsten recht ziellos vielleicht oder nicht ganz so gezielt, wie ihr es von uns gewohnt seid, uns dem Thema versuchen anzunähern. So, ja, also weil wir bei dem letzten Mal vielleicht ein bisschen nicht in der Lage waren, meine Person auf den Chat einzugehen. Jetzt hier mal Grüße an Manuel, der schon eine Verschwörung wittert hier. Nein, er meinte, wir hätten uns abgesprochen, dass Olli nicht da ist. Und das letzte Mal, als Manuel da war, warst du nicht da. Also irgendwer fehlt immer bei den Plauderstunden. Stimmt, ja, das ist auffällig. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wir werden das in Zukunft wahrscheinlich weiterhin so handhaben. Genau. Die Plauderstunde sollen ja einfach nur sein, die, die gerade Lust und Zeit haben. Genau. Einfach. Und ich hätte ja am liebsten heute unseren Chat gepostet, einfach so als Werbung. Heute Morgen fragtest du so, haben wir überhaupt ein Thema? Ja. Daraufhin meinte ich, wir wollten eigentlich uns mal schauen, wohin uns das Ganze führt. Ja. Und da meinte ich dann noch irgendwie, ich hätte aber die Idee, dass wir einfach darüber sprechen können, wie wir es so sehen mit Geschichte. Und mit Wahrnehmung und Vermittlung und koloniales Vergangenheit, Aufarbeitung. Da meintest du so, ha, das ist genau das, was du in dem Kopf hattest. Ja. Und meinte ich, ja, passt. Wunderbar, genau. So, damit sind wir schon fertig. Vielen Dank für euer Zuhören. Und bis bald. Wir haben uns drauf verständigt. Ja, nee, ich meine, ich meine, wundert mich ja eigentlich auch nicht, dass wir so ähnliche Gedanken hatten. Ich denke, da sind ganz viele mit diesen Gedanken und mit diesem Thema beschäftigt. Ich meine, gerade, ich habe das Gefühl, das ist schon sehr interessant. Ich will nicht zu euphorisch sein oder zu motiviert, aber das, was ich so in den letzten Wochen, Wochen kann man sagen, vielleicht sogar fast Monaten, wahrnehme, ist, dass hier ein unglaublicher Druck in ganz vielen Gesellschaftsschichten bei ganz vielen Menschen herrscht, der irgendwie raus muss. Und das Ganze hat sich ja letztlich immer wieder irgendwie entzündet am Thema Rassismus, wenn es, also entweder ist es quasi der systematische oder systembedingte Rassismus, den wir schon gar nicht mehr merken, wo wir denken, das kann ja gar nicht sein. Und dann plötzlich fällt einem auch verdammt, verdammt, verdammt irgendwie an, wir die ganze Zeit rassistisch, ohne es irgendwie wirklich zu begreifen. Oder eben dann wirklich ganz gezielte rassistische Vorfelder, wie wir jetzt zuletzt in den USA irgendwie immer öfter darüber hören oder aber auch in Deutschland. Aber da vielleicht gerade ein bisschen weniger, weil unser Heimatminister hat das ja im Griff und das kann ja gar nicht sein. Ja, genau. Und insofern, ja, ich glaube, Deutschland sind wir halt in einer besonderen Situation, weil wir uns schon mit unserer Vergangenheit angefangen haben zu beschäftigen. Also wir sitzen da auf einem ganz anderen, wir haben da ganz andere Möglichkeiten, weil wir zumindest das Verständnis schon haben, uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen zu wollen. So im Grunde genommen, auch wenn viele Fallidioten was dagegen machen wollen. Aber wenn man jetzt das mit anderen Ländern vergleicht, weshalb ich nämlich auf das Thema auch gekommen bin, weil ich dem Letzt bei der Tagesschau-App auf dem Handy und wenn mir dann mal wieder langweilig ist, wenn ich irgendwo auf der Toilette sitze oder so. Wenn das Internet funktioniert. Ja, gut, da kann auch die mobilen Daten. Ach ja, natürlich, ja. Und da stand da irgendwie Belgien, 60 Jahre jetzt auf Arbeitung und so weiter. Und ja, da dachte ich mir, stimmt eigentlich. Also ich meine, es gibt in Europa kaum ein Land, was keine koloniale Vergangenheit hat. Selbst Italien hat es geschafft, ihre Kolonien zu bekommen, wenn auch noch später als Deutschland. Aber also das ist ein Thema und Belgien hat sich damit bisher viel weniger beschäftigt, so was ich mitbekommen habe, als zum Beispiel Deutschland. Als zum Beispiel, ja, bei Frankreich, ich weiß es nicht, wie die alles aufgearbeitet haben. Da hätte man Marie mal fragen müssen. Stimmt, das sollte man da tatsächlich mal mit tun. Das ist, ja, stimmt. Aber ja, quer Verweis auf einen anderen Podcast. Ja, genau. Medienkompetenzübungen. Und ja, aber in Deutschland, ich glaube, wir sind da zum Glück ein Ticken weiter, aber noch weit, noch lange nicht weit genug. Nun, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Weil wenn ich so überlege, an wie vielen Standorten, wo überall man irgendwelche Überbleibsel, Gedenkgeschichten und ähnliches findet, entweder A zum Kolonialismus, zum deutschen Kolonialismus, von der Geschichte vorher ganz zu schweigen, bin ich mir gar nicht so sicher. Also zumindest, ich sage mal so, auch hier fängt es an mittlerweile zu brodeln. Also das, was wir jetzt in den Nachrichten so gesehen haben, also du, ich und viele andere auch und die ZuhörerInnen, ist ja, dass irgendwie von Tag zu Tag immer mehr Meldungen reintrudeln begonnen hat, glaube ich, in den USA. Dann ging es weiter in England und eben dann auch in Belgien, dass dort Statuen und irgendwelche Denkmäler gestürzt werden oder beschmiert werden, um darauf hinzuweisen, dieses Denkmal oder diese Statue ist eine Erinnerung an unsere alte Kolonialzeit oder vielleicht auch an alte Zeiten wie in den USA, also, was weiß ich, Südstaatengedön, Sklavenhaltung und was. Also, ist ja wirklich immens, immens. Und ich musste dann wirklich ein bisschen überlegen, wie es eigentlich hier bei uns in deutschen Landen so aussieht. Und ich meine, wir hatten ja auch in der einen oder anderen letzten Folge schon über das Thema Gedenkkultur in Deutschland gesprochen. Und wenn wir hier über Gedenkkultur sprechen, dann ist das überwiegend einerseits zum Glück, andererseits natürlich tragischerweise Gedenkkultur, die oft mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat und mit den Verbrechen der Nationalsozialisten. Andererseits, also quasi die Kehrseite der Medaille ist, dass die Gedenkkultur in Deutschland eher so Semi-Gedenkkultur ist. Naja, ich weiß, was du meinst, aber vergleich es mal mit anderen Ländern. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen, aber die anderen, aber die anderen. Aber ich will damit einfach nicht das in den Schatten stellen, was wir zumindest theoretisch schon erreicht haben. Also, ich gehe jetzt natürlich extra ein bisschen in den Gegensatz zu dir. Ich sehe es jetzt auch nicht ganz so positiv, wie ich es jetzt vielleicht stelle, aber wir haben halt schon so mindestens eine Gedenkkultur. Wenn man nach Italien geht, da ist die Aufarbeitung des Faschismus immer noch so schlecht. Es ist immer noch problematisch, in den Archiven nach Unterlagen zu suchen. Gehen wir nach Japan, da wird die faschistische Vergangenheit komplett totgeschwiegen. Und die Sowjetzeit, bei den Russen auch schlecht aufgearbeitet, die faschistische Vergangenheit in Frankreich. Also, das ist ja jetzt nicht so, als wäre da jeder in der Résistance gewesen. Schon wäre es. Das hätten die gerne. War nicht so. Auch das ist nicht gut aufgearbeitet oder nicht so gut, wie es sein könnte. Also, ich finde, da sind wir zumindest in Deutschland in der Situation, dass es theoretisch möglich wäre, sich damit zu beschäftigen. Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst und da stimme ich dir auch zu. Das kann sein, dass wir da vielleicht einen Schritt weiter sind als das eine oder andere Nachbarland, ohne Frage. Aber immer noch nicht weit genug. Aber ich habe das Gefühl, dass das eher so, wie soll ich sagen, das scheint so ein bisschen kulissenhaft alles nur zu sein. Also, so richtig ernst nehmen kann man das nicht, weil wenn man eben Gedenken und die Aufarbeitung von Geschichte eines Landes, ganz egal, ob es jetzt um den Zweiten Weltkrieg geht oder um Kolonialzeiten oder Kolonialverbrechen des Landes, da kann man schon sagen, dass da jetzt nicht allzu viel Liebe und Geld in solche Sachen reinfließt. Ey, wir haben uns jetzt entschuldigt. Was haben wir uns entschuldigt? Ach so, wir haben uns, ach so, ja, stimmt. Wir haben uns jetzt nach wie vielen Jahren? Ich muss mal. Vielen. Ja, genau, die Nachricht hatte ich auch vernommen, genau. Ich glaube, da haben wir sogar in Medienkompetenz kurz drüber gesprochen. Also, es ist schon ziemlich krass, wie schwer es ist, vollkommen Rille, ob wir jetzt über Deutschland reden oder über andere Länder, wie schwer es doch ist, und zwar ganz egal, in welchem Jahr du dann lebst, also in jedem Fall danach, sich damit auseinanderzusetzen und dieses Kolonialding wirklich aufzuarbeiten und ernsthaft und ehrlich zu betreiben. Dass darüber natürlich immer so ein bisschen wahrscheinlich auch der, wie sage ich es denn jetzt, der diplomatische Strich juristische Mehltau drüber liegt, ist das eine, ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da doch schon tatsächlich viele juristische Fragen eine Rolle spielen, nämlich nach Entschädigungszahlungen und Reparationszahlungen und was da alles so im Raum steht. Deswegen versucht man das natürlich möglichst still und leise abzuwickeln und erst, wenn es einen Erfolg gibt, dann kann man den verlautbaren lassen. Aber alles andere ist halt, ja, aber es ist interessant. Fällt dir denn zum Beispiel ein, die Frage habe ich mir nämlich sofort gestellt, ob und wo es eventuell tatsächlich noch irgendwie Statuen oder irgendwelche Denkmäler, die aus dieser oder an diese Kolonialzeit, an diesen Kolonialismus erinnern sollen, stehen? Ja, Carol, also erstens gibt es eine absolute Empfehlung von mir. Es gibt einen Professor aus Hamburg, den ich an dieser Stelle mal hervorheben darf. Hast du das mitbekommen vielleicht? Der ist momentan relativ aktiv, auf Twitter auch tatsächlich ein Historiker zum Anfassen. Okay. Der sich viel damit beschäftigt und da gab es dem Letzt die sehr witzige Sache, dass also er hat sich dafür eingesetzt, zum Beispiel alle Statuen hinzulegen, also halb einzugraben oder irgendwie, dass es auffällt und dann sich damit zu beschäftigen. Warte mal, hinzulegen, einzugraben, tatsächlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes? Nein, wie? Also halb einzugraben, einfach, dass sie nicht mehr normal aussieht, dass sie nicht mehr so steht, wie sie eigentlich stehen sollte. Okay, ja. Und dann wurde ihm eine erbuchste Nachricht geschrieben, das auf einen Text verwiesen hat, der, man konnte es sich nicht besser aussuchen, von ihm war. Ach was, oh. Hast du einen Link oder sowas? Ich suche gerade den Tweet, deswegen bin ich gerade auch etwas am Zeitschinden. Ja, komm. Sowas könnte man, wenn man nicht live ist, natürlich muss ich schneiden. Könnte man, ja, könnte man, aber müssen wir nicht, ist ja eine Plauderstunde, ist in Ordnung, ist okay. Weil mir tatsächlich sogar der Name des Historikers entfallen ist, was mir gerade sehr peinlich ist. Aber, ah, hier haben wir doch, Jürgen Zimmerer. Jürgen Zimmerer, okay. Da der aber in einer Dichte tweetet, das schon krass ist, finde ich den wahrscheinlich jetzt nicht. Also der Jürgen Zimmerer ist Professor für Kolonialismus, für African Studies oder Kolonialism, Genocide und Africanism an der Universität in Hamburg. Und ja, der beschäftigt sich sehr viel damit und den kann ich an dieser Stelle nur sehr empfehlen. Hat auch schon einiges dazu geschrieben und veröffentlicht. Kann man mal. Okay, und nun kam der Boomerang zurück. Fand ich sehr witzig. Und zweitens tut deine Frage, ob mir da was einfällt. Ja. Wir haben da eine Erwerbung für heute gemacht, weshalb ich mir vielleicht dachte, dass du das ein bisschen schwierig siehst. Deswegen fragte ich lieber vorher, ob das in Ordnung ist, dass ich das so so mache. Weil wir, ich vielleicht unsere drei Köpfe auf Figuren gestellt habe, von dir an die Kolonialzeit erinnern. Ach, verdammt, du Sack. Jetzt sehe ich das erst. Das ist, ach du alte, ei, 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 ei. Okay, alles klar. Das ist in Schleswig-Holstein, oder? In Aumühle. Das Deutsch-Ostafrikaner Ehrenmal. Ja, ach du Gott. Alles klar, okay. Ja, liebe Leute, guckt noch mal genau in eurem Podcatcher oder in eure App. Das, was ihr da seht. Denkt euch mal bitte die Gesichter von uns weg. Willst du die ja auch als Folgendbild holen? Ach Gott, ach Gott. Ach so, ich dachte schon, ja, nicht. Na ja. Das war so zwei Minuten irgendwie. Wir müssen den Raddierer auf dem Haus geholt und so die Köpfe draufgesetzt. Ja, genau. Also dieses Denkmal, das ihr da seht, das ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, ob es denn Denkmäler oder Statuen gibt. Es gibt tatsächlich zum Beispiel dieses Deutsch-Ostafrikaner Ehrenmal in Aumühle in Schleswig-Holstein. So, und als weitere Antwort kann ich dir geben, es gibt bei uns einen Stadtteil, wo irgendwie... lauter Straßen nebeneinander sind die Emiliette-Vorbeck-Straße, Ostab... Also irgendwie, ich gucke mal gerade nochmal nach, wie die alle heißen. Also wirklich geballt aufeinander sitzen alle diese Namen. Auch sehr witzig. Also quasi das Kolonialisten-Viertel in Saarbrücken? Luisenthal, das ist in der Stadtteil von Völkling. Aha, okay. Völkling. Ich gucke mal gerade, ob ich die Nummer finde. Zum Beispiel die Paul-von-Letto-Vorbeck-Straße oder sowas? Sowas, ja. Ah, super klasse. Das ist Heidstock, sorry. Heidstock, ich gucke mal gerade nach. Ich weiß, wo die Straßen sind. Und da überlegen die jetzt auch, die alle umzubenennen. Genau, die Nachtigallen-Straße, die Karl-Peters-Straße, die Wismann-Straße und, ja, die sind alle halt im Zusammenhang. Die Lüderitz-Straße. Also wirklich, also das ist ein Viertel dort. Also da gibt es keine anderen Straßennamen, außer Straßen, die mit kolonialer Vergangenheit zusammenhängen. Da wird auch überlegt, die umzubenennen. Also da gibt es zumindest ein Denkmal in Form eines, von einer Straßenböe-Benennung. Das finde ich sehr interessant. Ich habe ja mittlerweile auch mitbekommen, um mal kurz den Blick nochmal Richtung US of A zu lenken. Da kam, glaube ich, heute, ja, heute kam die Meldung rein, dass die Mississippi-Flagge auch irgendwie weg soll und irgendwie ausgetauscht werden soll. Irgendwie ein weniger belastetes Pendant bekommen soll. Das ist, ja, kennt man im Prinzip, ne? Also da ist so eine Mischung. Ich sehe es gerade, da ist die Südstaaten-Flagge drauf. Genau, also einmal die Konfederierten und Kriegsflagge und dann irgendwie noch Westflorien-Sage-Döns. Tja, ist problematisch, finde ich aber äußerst interessant, weil das ist schon inzwischen die zweite Flagge, die die kriegen sollen. Habe ich mich nochmal belesen, weil mich das interessiert hat. Die hatten ursprünglich mal eine, da war dann so ein Baum, wie heißt denn der hier, Magnolie? Ja. So ein Magnolienbaum drin. Und das Ding war dann irgendwann 1865 weg. Dann waren sie einige Jahre ohne Flagge und dann kam diese Konfederierten-Flagge und die soll nun auch abgeschafft werden. Finde ich sehr spannend, das zu sehen. Oder was auch gerade wankt, ist zum Beispiel ihm, was? Ich habe gerade überlegt, die Flagge einfach mal reinzuschieben in das Live-Bild, um den Zuhörern, also den Zuschauern in dem Sinne einen Mehrwert zu bieten. Ich bin, sorry, ich bin mal kurz dran. Ja, okay, gut. Ja, ich verfolge Twitch nicht, deswegen kann ich das jetzt nicht, aber okay. Aber was zum Beispiel auch sehr spannend ist, ist zu sehen, dass selbst so Größen, die wir gar nicht mehr wegdenken können, wie Immanuel Kant ins Fadenkreuz geraten. Ich sage jetzt absichtlich Fadenkreuz, um ein bisschen zu provozieren. Im Prinzip auch nicht ganz unberechtigt. Also zumindest sollte man da nochmal genauer hinschauen. Ich meine, Immanuel Kant ist es der, der, ich möchte sagen, der Stichwortgeber für das Grundgesetz gewesen ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist gewissermaßen ein Satz, der von ihm kam oder der von ihm übernommen wurde. Aber der hat eben schon einfach im 18. Jahrhundert von Rassen gesprochen und geschrieben und Stammgattungen. Das Wort Neger war zu der Zeit sowieso üblich und gang und gäbe, klar. Wobei man ihm vielleicht ein wenig zugutehalten sollte, dass er zumindest nicht der Auffassung war, dass, also diese epigenetische Annahme hat er versucht, weitestgehend außen vor zu lassen. Er war nicht der Auffassung, dass es bestimmte Eigenschaften, Adjektive, was auch immer, verbunden mit einer Rasse gäbe. Immerhin, das muss man sagen. Da war er seiner Zeit, ich möchte sagen, schon weit voraus. Aber trotzdem, selbst das wird gerade infrage gestellt, beziehungsweise als Anlass zur Hand genommen, um zu überlegen, ob man nicht eventuell auch Immanuel Kant mal irgendwie fällen sollte. Also mal vielleicht die, ja. Mach du mal kurz weiter, ich muss husten. Ja, ja, ja. Und also, ich stelle mir jetzt die ganze Zeit die Frage, übrigens, das geht ja noch weiter. Also wenn man jetzt mal von den Statuen und den Kolonialverbrechen und den ganzen Dingen und Sklavenhaltung, Sklaventreiberei und so mal absehen, es mündet das Ganze, zumindest in der Bundesrepublik, ja in der Frage nach dem Begriff Rasse im Grundgesetz. Das ist dann quasi so der Schlusspunkt bisher. Und ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle mir die Frage, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, so mit derlei Gedenkstätten, nenne ich sie mal, oder umzugehen, genau. Also ich bin da zwiegespalten. Einerseits denke ich halt aus meiner Sicht als eines Historikers, der sich mit Vergangenheit ja doch, ich wage zu sagen, ein bisschen auskenne und ich halt weiß, wie die Zeit damals war und ich so Leute wie Kant immer interpretiere in dem Umfeld, aus dem sie kommen. Ja. Sage ich halt, Gott im Himmel, also wenn wir heute von Ethnien sprechen, sind wir ungefähr so wie damals Kant. Der Begriff Rasse war damals ganz normal. Das war der damalige Begriff für Ethnier. Also er war quasi fortschrittlich für seine Zeit und man muss es immer in meinen Augen innerhalb des Zeitrahmens interpretieren. Ja. Das ist jetzt meine Sicht. Andererseits sehe ich aber natürlich das Problem, dass bei weitem nicht jeder dieses Wissen hat und noch nicht haben kann oder irgendwie, dass ich das nicht voraussetzen will, kann, darf, muss, was auch immer und dann sehe ich halt auch das Problem, dass wenn jemand einfach unreflektiert, uninformiert sich mit Kant auseinandersetzt und dann den Begriff Rasse liest und das war auch damals schon verwendet und dann, dass sich auf die heutige Zeit nochmal auswirkt, dann bin ich ganz der Meinung, ist es natürlich schwierig und dann sollte man sowas irgendwie, ich weiß leider nicht wie, schön wäre es, wenn ich das wüsste, aber irgendwie damit etwas tun, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht hingehen und alle Bücher von Kant umdrucken und da das Wort Rasse mit Ethnie setzen, das funktioniert natürlich auch nicht. Ja, aber also genau, es ist schwierig. Also grundsätzlich so eine Vorgehensweise, gewissermaßen die Sünden der Vergangenheit oder der Geschichte auszumerzen, das halte ich für ja, also das ist ja, also ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, das ist ja vollkommener Quatsch, oder, weil wir sagen es ja ganz oft bei den regulären Sendungen am Ende, ohne Geschichte wissen wir nicht, was in Zukunft kommt beziehungsweise sind wir nicht in der Lage zu verstehen, was kommen wird oder was gerade da ist. Also, was gerade da ist, ja, ja, also das heißt, unsere Vergangenheit und zwar die Vergangenheit der Menschheit, verschiedene Regionen und so weiter und so fort sind ja ein ganz elementares Stück an Wissen, da kommen wir wieder zum Thema Wissen, ja, das stimmt, aber es sind ja ein ganz elementares Teil, wenn wir das jetzt verändern und anpassen gewissermaßen an den aktuellen Diskurs, dann halte ich das für schwierig. Ich habe schon selbst, um mal ganz kurz noch ein Beispiel zu geben, was jetzt weniger mit rassistischer Denkweise oder Kolonialismus zu tun hat, ich habe schon Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass zum Beispiel Architektur aus, ich sage mal beispielsweise, weil ich so ein bisschen DDR geprägt bin oder DDR sozialisiert bin, dass selbst schon DDR-Architektur als kommunistische Architektur zum Beispiel oder sozialistische Architektur sukzessive in den neuen Bundesländern dem Erdboden gleichgemacht wird und dann die Zeit vorher irgendwie wieder angewandt wird. Dresden ist ein Paradebeispiel dafür, dass ganz viele sozialistische Architektur plattgemacht wurde und dann hat man da irgendwas hingestellt aus dem Mittelalter, was da mal früher gestanden haben könnte, nachgebaut sozusagen. Und nun frage ich mich auch in diesem Moment, das ist dem nicht unähnlich, sinnvoll, ja, nein und was macht das dann mit uns? Also das ist für mich auch ein anderes Problem. Architektur, also ich würde noch ein bisschen woanders angreifen. Ja, ich weiß, das ist ein anderes Thema, tut mir leid, sorry, aber ich meine letztlich ist für mich auch Städteplanung und Städtebau ja gewissermaßen ein Teil der Geschichte. Aber da sehe ich halt auch das Problem, dass Ostbauten meines Wissens, korrigiere mich, wenn es anders ist, tatsächlich nicht so lange haltbar sind. Also ist es nicht irgendwann notwendig, die zu ersetzen, in dem Sinne, dass sie halt einfach baufällig werden. Ja, um das Thema mal abzuschließen, weil wir wollen ja jetzt weniger über Architektur und Städtebau sprechen, eigentlich nicht, weil also das ist wie mit jedem anderen Haus auch, wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie langsam kaputt geht, dann kannst du es auch wieder modernisieren oder sanieren, also so ist es nicht. Du musst es nicht platt machen und durch irgendwas, was vorher war, ersetzen, das meinte ich. Ja, wobei mir natürlich persönlich der Baustil von früher mehr gefällt Ja, ohne Frage, das wird sich wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir sich dafür entschieden haben. Ja, aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich wäre die Lösung ja nicht die Vergangenheit zu ändern, zu löschen oder wie auch immer, sondern einfach das Wissen über die Vergangenheit zu mehren und die Leute darin zu schulen, mit der Vergangenheit umzugehen. Aber dazu müsste man uns Historiker ja mal Geld geben und uns finanzieren. Ja, möchtest du sagen, dass deine Wissenschaftsgebiet eher unterfinanziert ist? Unterfinanziert? Wir werden finanziert. Habt ihr denn zum Beispiel an der Uni Saarbrücken, gibt es denn sowas wie die Forschungsstelle irgendwie postkoloniales Erbe oder sowas? Natürlich nicht. Hamburg hat die. Ja, natürlich. Gut, ja, Hamburg macht Sinn. Ja, okay, klar. Hm, okay. Und das ist halt alles auch so ein bisschen elitär dann an einer Universität. Natürlich gibt es mal öffentliche Vorträge und so weiter, aber so wirklich Vermittlung im angenehmen, populären, populistischen, jetzt mal ein bisschen verwendeten Sinne, wenig. Hm, hm. Ich kriege es ja auch gerade so ein bisschen mit, wenn es darum geht, ich will da ja was anstoßen und so. Finanzieren, nö. Naja. Also ich finde ja den Vorschlag von dem, wie hieß er, Zimmerer, Zimmerer, ne? Ja, den finde ich insofern nicht schlecht, weil sobald du, weil es das auffordert, dich damit zu beschäftigen, fragt, wieso ist denn das, wo liegt denn das Ding? Ja, genau. Entweder das, dass man quasi auch vom Erscheinungsbild und vom Visuellen her irgendwie versucht, aufmerksam darauf zu machen, da ist irgendwas schief dran. Irgendwas braucht eine Erläuterung, weil ganz im Ernst, es gibt ja schon an einigen Stellen so Versuche mit irgendwelchen Messingplatten oder Steinplatten, wo dann so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sätze drin stehen, ein bisschen Aufklärung zu betreiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das genug ist. deswegen ist die Idee von dem Zimmer, finde ich schon ganz attraktiv jetzt so, für meine Augen oder Ohren klingt das ganz clever, also irgendwie, oder ein Widerspiegel, ne, also, um jetzt mal das Beispiel dieses Denkmals, was du da zu Bildinstallationszwecken benutzt hast, deutsch-ostafrikaner Ehrenmal in Schleswig-Holstein zu nehmen, dass man da versucht, vielleicht ein Gegendenkmal, also quasi ein Widerspruch oder weniger Widerspruch, sondern ein, ein, quasi ein Denkmal-Diskurs aufzumachen, das finde ich auch ganz witzig. Gut, kostet aber natürlich alles Geld, ne, also das ist mal klar. Da wäre es mir lieber, wenn die Forschung finanziert wird und. Ja, das ist mir, ja, das sieht aber der, das sieht vielleicht der bildende Künstler anders. Ah, natürlich. Ja, ja, spannend, spannend. Also, ich habe vor Augen, noch die Diskussion um, du erinnerst dich vielleicht um diese Judensau-Geschichte in Wittenberg. Das liegt jetzt schon wieder, ich glaube, so ein, zwei Jahre zurück. Da brodelt das ein bisschen auf und dann schläft das auch relativ zügig wieder ein. Es gibt da an der Stadtkirche in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, an der Außenwand so eine sogenannte Schmäh-Skulptur. Die nennt sich tatsächlich auch Judensau. und dort wird eben ein jüdischer Mitbürger als Sau, an dessen Zitzen, da sich, wer weiß was, alles nähert, dargestellt. Also, ganz, ganz klassischer Antisemitismus oder Anti-Judaismus eher sogar zu der damaligen Zeit. Und da tat sich vor zwei Jahren eine große Diskussion und ein Streit auf, auch im Stadtrat der Stadt, wie man damit umgehen sollte und das geht ja so nicht, weil das war komplett unkommentiert an dieser Wand zu finden. Also, da gab es überhaupt nicht mal einen Hinweis drauf oder so. Daraufhin gab es, glaube ich, dann im Stadtrat die Entscheidung, man macht da irgendwie so eine Messingtafel drunter, aber die ist, glaube ich, verhältnismäßig klein im Gegensatz zur Judensau. Und dann ist das Ding, glaube ich, auch eingeschlafen. Und es gab sogar aber auch Forderungen, das Ding irgendwie da von der Wand zu schlagen und abzumachen. So, also quasi abzuhängen. Das ist schon echt, tja. Ja, da stehe ich halt wieder zwiegespalten da. So einerseits, wenn jemand intelligent ist, jemand mit einem gewissen Verstand, einer gewissen Herangehensweise sich das anschaut, sich denken, das ist aber komisch und sich informiert und so weiter, dann ist das super. Dann, aber wenn halt jemand mit Vollidude dahin geht und das als Vorbild nimmt und es ist, es ist, ich kann dann noch nicht für mich persönlich festhalten, was meine endgültige Lösung wäre. Einfach wegmachen, aber ich meine, ich bin Historiker, ich will sowas haben. Für mich ist das so wertvoll. Für mich ist das einfach das, was mich interessiert, das, was mich ausmacht, ist die Vergangenheit. So komisch das jetzt klingen mag, aber der Umgang damit ist halt nicht immer leicht. Also, was, was glaube ich, wirklich ein Punkt ist, man muss sich ja mal vorstellen, man kommt aus so einer ehemaligen Kolonialregion oder aus so einem ehemaligen Kolonialgebiet, ja, man kommt hierher und man sieht dann tatsächlich irgendwie so eine Statue oder so ein Denkmal für irgendeinen Typen, wie eben jetzt hier dieses erwähnte deutsch-ost-afrikanische Ding, das zeigt einen Spähtrupp bestehend aus einem deutschen Soldaten in der Mitte, das bist übrigens du, Elias, in dem Bild, das möchte ich mal sagen, dann links was? Okay, links davon ist ein Askari-Hilfssoldat, das ist in diesem Falle, wenn ich mich nicht täusche, Oliver und rechts dann so sitzend, hockend ein afrikanischer Träger so und wenn, ich komme jetzt aus dieser, ja, das bin dann ich, genau so und jetzt komme ich aus dieser Region, ja, und ich habe vielleicht tatsächlich ein bisschen Ahnung von der Geschichte und davon gehe ich jetzt mal aus und dann sehe ich genau solche, ja, Verbrecher, ja, und wie gehe ich denn damit um? Also ich meine, verstehst du, was ich meine? Das ist ja echt ziemlich crazy shit. Ich verstehe genau, was du meinst und das macht die Sache ja so schwierig. Ja. Wie würde ich damit umgehen? Also überlegen wir jetzt mal irgendwie, also persönlich wird es mich wahrscheinlich so, ja, okay, ist halt so, weil ich bin nicht so verwachsen mit der Vergangenheit in dem Sinne, dass mich das, dass mir das wehtun würde, dass mich das ärgern würde, dass mich das irgendwie betreffen würde. Also wenn das jetzt, wenn es jetzt irgendwen gäbe, der früher Deutschland irgendwas angetan hätte und dann gäbe es dafür ein Denkmal, dann würde ich mir so denken, okay, seid noch nicht weiter bei euch eine Aufarbeitung, aber schön, aber jetzt persönlich angreifen würde es mich nicht, aber ich bin halt auch überhaupt nicht nationalistisch eingestellt. Und nicht zu vergessen, wir sind beide weiß und haben eigentlich überhaupt keine Ahnung von Rassismus. Das muss ich mir wirklich mal sagen. Also wir meinen, Ahnung zu haben, ich hoffe, ich... Ich gebe nur positiv Rassismus. Ja, ja, okay. Also ich glaube wirklich, also das ist so schwierig aus... Kannst du nicht reinversetzen. ...der privilegierten Position eines weißen Mitteleuropäers zu meinen, man hätte Ahnung, schwierig, schwierig, also gerade so im Blick auf diese Black Lives Matter Geschichte und Rassismus und strukturellen Rassismus. Ich habe heute, kann ich ja mal zum Besten geben, von einem Freund, der Psychologe ist, gehört, der hatte heute mit diversen anderen Kollegen so ein, wie heißt das, so ein praktisches Training gewissermaßen nach langer Zeit, Corona-Zeit, haben zusammengesessen und da hat ein anderer Psychologe erzählt, dass er irgendwie vor ein paar Tagen einen Patienten dort hatte, der schwarz war, ja, und er hat ihn gefragt, wo er denn herkommt. Also schon als ich diesen ersten Satz, habe ich meinen Tisch genommen und auf die Tischplatte geschlagen, das kann ja wohl nicht wahr sein und er hat ganz verdutzt geguckt, dieser Patient, und meinte so, na aus, was weiß ich, aus Berlin zum Beispiel, ja, logisch, logisch, was sonst, und er so, nee, nee, ich meine, wo sie wirklich, wirklich hat er wirklich, ja, im Jahr 2020, wo sie wirklich ursprünglich herkommen, wo du denkst, was, sowas gibt es noch? Aber ich finde, ich mache mich jetzt erstmal, hör mir ganz zu, ja, also ich bin ja ein Mensch, der sich sehr, also mich interessiert die deutsche Geschichte schon, aber ich meine, sollte man mittlerweile festgestellt haben, dass mich der Nahe im Mittleren Osten sehr fasziniert, früher war es Afrika, also ich hatte mir, das ist unüberhörbar, ja, ich hatte mich früher, ich stand kurz davor nach Hannover, glaube ich, genau zu gehen und Afrikanismus zu studieren, habe mich dann zum Glück dagegen entschieden, aber, ganz ehrlich, wenn ich Leute sehe, die nicht aussehen wie, ich sage jetzt mal mit Absichten Bio-Deutsche, also wie ich halt aussehe, so, ist halt so, also ich bin groß, blond, blauäugig, okay, also ich, die Haare will ich mir auch sehen, egal, äh, und wenn ich dann Leute sehe, die irgendwie nicht so aussehen, wie jemand, weiß, was ich meine, der hier geboren sein könnte, sondern es könnte auch sein, dass er woanders geboren ist, ich meine, ich könnte auch in Frankreich geboren sein, ja, ich denke mir dann schon so, oh, woher kommst du denn, was könntest du denn für einen kulturellen Background haben, was könntest du mir noch Neues erzählen, und ich frage schon, woher die Leute kommen, wenn sie dann sagen, aus Deutschland, und fragen, sind deine Eltern hierher gekommen oder deine Großeltern und dann sagen die mir das und dann, es interessiert mich einfach, weil ich wissen will, was für einen kulturellen Background die haben, also ich bin dann schon auch einer, der dann auch mal fragt, woher kommst du denn, natürlich, auch mit der Möglichkeit der Antwort, dass sie sagen, ja, aus Saarbrücken, dann sage ich, cool, aber trotzdem wüsste ich schon häufig gern einfach, um meine kulturelle Vielfalt mehr zu fördern, was die mitbringen, weil natürlich, du kannst in Deutschland geboren sein, schon in der zweiten Generation als Türke, sage ich mal, weil wir ja viele Türken haben oder Armenier oder Russen oder so, aber natürlich bringen die trotzdem immer noch einen anderen kulturellen Background mit, als ich zum Beispiel, also meine Vorfahren wohnen seit Jahrhunderten in Deutschland, bis auf den einen Zweck, der aus Frankreich gekommen ist, so, also, und deswegen interessiert mich das schon, woher die Leute kommen, und deswegen finde ich die Frage, woher kommst du denn, aber wenn man dann sagt, aus Berlin, keine Ahnung, dann darauf setzt er, aber woher denn wirklich, das finde ich dann wiederum falsch. Ja, ja, also das ist schon mal, also es ist strunzdumm, möchte ich sagen, ohne Frage, aber zeigt, dass es vollkommen egal ist, in welche Schichten man guckt, man unterstellt derartiges Denken oder Handeln ja gerne, vielleicht irgendwie sozial schwachen oder so, ja, oder dem Prekariat, aber das ist vollkommener Quatsch, weil das zieht sich ja wirklich durch alle Schichten der, der Menschen, der Gesellschaft, und ich würde sogar fast dazu neigen und sagen, dass es zwischen den vermeintlichen Armen und den vermeintlichen Reichen nun keine Unterschiede gibt, was sowas angeht, ne, also ich, ich verstehe, was du meinst, und, ähm, ist, äh, ja, unterschiedliche Herangehensweisen, ich sag mal so, also ich kann ja mal kurz erzählen, im Gegensatz, wie ich das handhaare, in der Regel ist es weniger das Aussehen, woran ich mich gerne festbeiße, ist ein Dialekt oder ein Akzent. Natürlich, ja. Also da, da bin ich sofort Feuer und Flamme und will, also das hatte ich heute, ich hab heute draußen in einem Café gesessen und neben uns am Tisch saß, also saß so ein älteres Ehepaar und die haben immer so absichtlich in meine Richtung so ein bisschen gesprochen, um mich irgendwie ins Gespräch einzubinden und ich hab sofort gehört, aha, also aus Sachsen kommen die nicht, ne, und da hab ich so, wo kommen sie doch her, sag mal, hier so, ne, so, und dann kommen die aus dem Ruhrpott, ne, das war natürlich schön, hab ich mich gleich gefreut, ne, hab gesagt, ja, das ist ja schön, ne, da kommt ja aus dem Ruhrpott und so, also, das sind so Momente, wo ich gerne nachfrage, also berlinerische Zeugsblas, so als Beispiel deutsche Dialekte oder wenn du hörst, dass einer so ein österreichisches Slang hat oder vielleicht noch ein Schweizer, Deutsch, na dann, alles klar. Aussehen, muss ich sagen, pfff, ich mach's natürlich auch an der Aussprache fest, ja, weil wir gerade beim Aussehen waren, natürlich, wenn jemand, also man hört, wenn jemand gerade aus Deutsch gelernt hat, das hört man ja meistens noch, auch wenn es meistens, also wenn ich schon erstaunt war, dann ist die Frage noch nachvollziehbar, klar, ja. Ich wollte damit nur ein bisschen gegen die Argumentation anreden, dass man Leute nicht mehr fragen darf, woher sie denn kommen, ne, ne, sich nur dessen Gewahrsein, dass wenn jemand sagt, aus Deutschland, das auch tatsächlich sein kann, auch wenn er nicht aussieht wie ich. Das stimmt allerdings und ich glaube, das ist ja sowieso so eine Besonderheit, ne, also ich, okay, ist sicher auch abhängig von der jeweiligen Region, aber mal ganz im Ernst, wenn du hier, in Sachsen oder konkreten Dresden, mal irgendwie, einen schwarzen Menschen siehst, sagt das, scheiße, heißt das so, ein People of Color, ja, ein P-U-C, einen Schwarzen siehst, oder eine Schwarze. Da kann ich was zu erzählen. Weil ich war ja auch in Afrika, ich war ja vier Monate in Afrika und dann damals halt auch so mit dem Gedanken hin, ah, was sagst du denn jetzt, ein Plex, dann meinte der eine so, ey, ganz ehrlich, ihr dürft uns gerne Plex nennen, Schwarze, wir nennen euch doch auch Weiße. Natürlich gibt es eine unterschwingende Aussage. Ja, nee, gut, klar, also ich glaube, ja. Sagen wir mal so, ich finde, bei Schwarzen geht das noch vollkommen und da fand ich die Aussage von denen, gut, die kamen halt nicht aus Deutschland, die sind, es war Ghana, es war ein Land einfach nur, wo man halt als Weiße absolut in der Unterzahl war, was sehr witzig war, aber, ähm, und die meinten halt, ey, so ganz ehrlich, wir nennen euch Weiße und das ist noch das Schönste, was wir zu euch sagen. Okay, okay, klar, also, naja, ich habe nur gerade überlegt, wie es, wie es politisch korrekt, ich glaube, Schwarz ist tatsächlich politisch korrekt gerade, also People of Color oder POC ist schon fast wieder ein bisschen too much, aber egal, also hier in Dresden oder in Sachsen, wenn du, da kannst du froh sein, dass du überhaupt mal jemanden siehst, der schwarze Haut hat. Das ist hier halt ganz anders. Okay, so, und jetzt der Punkt, den ich eigentlich aufmachen wollte, jetzt stell dir mal vor, und da hätten wir jetzt natürlich Olli gebraucht, ne, das ist ja unser USA-Profi, so oft wie er da schon war, das kannst du doch, also stell dir mal vor, du machst das in den USA, wo kommst du eigentlich her, hä, was bist du bescheuert, also, weißt du wie, also das sind so einfach verschiedene Welten, und deswegen, ich glaube, ganz konkret, wir, wir Deutschen, meinetwegen auch Österreicher, ich glaube, wir können da einfach, was das angeht, schwierig, schwierig, ja, kann man nicht viel zu beitragen, aber, wusstest du, ich habe das jetzt gerade nämlich so nebenbei gesehen, der Hamburger Tierpark, der Hagenbeck-Tierpark, der Gründer des Hagenbeck-Tierparks, Karl Hagenbeck, das war ja auch ein ganz schöner Finger, der hat zum Beispiel wirklich Völkerschauen betrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts, so, so was und so weiter angeht, das ist ja noch, da ist ja riesig viel hinten dran, also, weil die eben von Tiere und Menschen genommen haben, ich meine, Afrikaner wurden ausgestellt als Tiere. Ja, genau, schön mit Bassdrücken oder so, ne, und wie man den so erlebt hat, ne, den Schwarzen, ist schon interessant, ja. Also, äh, äh, ein, ein krass interessantes Thema, wie ich finde, ich, ich hoffe ja, ganz im Ernst, ich hoffe ja, dass das nicht einfach nur so eine, so ein kurzes Peak ist, so ein kurzer Peak, und dass das auch weiter geht, also, dass das nicht so eine, ja, so eine Zeitsache ist, die, gerade ist das Trend und so, wie, wie eben, was weiß ich, wie vor zwei Wochen oder so, wo sie alle irgendwelche Martin Luther King Sprüche, äh, in ihrem Twitter oder Facebook Account gepostet haben, um sich dazugehörig zu fühlen, sondern, dass das tatsächlich ist, etwas ist, was länger anhält und was diesen Diskurs nach vorne bringt, und, ähm, tja, ich glaube, es hat den Diskurs schon nach vorne gebracht, ganz ehrlich, was in den USA passiert, das stimmt, ja, ich glaube schon, dass es der Gesellschaft in den USA was bringt, weil sich dann langsam, langsam auch die Konzerne dazu durchringen und, 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 ja, ich glaube, in den USA hat es was gebracht, ja, ob es was in Deutschland bringt, weiß ich nicht, ich glaube, dazu ist es in Deutschland nicht, also, es stand ja auch meistens unter dem Schirm, so, äh, wir machen das jetzt hier für die USA, nicht für uns, natürlich, also, ich hab's, ich hab mal einer, bei einer Demo war ich in der Nähe, aber weil halt Corona und sowas, ich hab mich da lieber, äh, äh, nur meine Geiste hingeschickt und war nicht, äh, vor Ort einfach zur Sicherheit und, ähm, hatte aber zumindest die Wahrnehmung, dass natürlich Leute von ihren Erfahrungen hier berichtet haben, aber es stand schon unter dem Schirm immer noch, nach der USA, oder wie hast du das wahrgenommen, ich kann halt nicht so viel dazu sagen, weil ich halt nie wirklich da war. Ja, ich war auch auf keiner Demonstration aus selbem Grund wie du. Ich glaube, man kann man darüber nicht so wirklich reden. kann man nicht so richtig reden. Ja, ist schon so ein bisschen mein Eindruck, weil ein paar Tage später, äh, ich hab jetzt im Podcast mit den Kompetenzübungen da irgendwie, ich weiß nicht wie viel, zehn Minuten drüber abgerandet, weil ein paar Tage später, nach diesen Black Lives Matter Demonstrationen in Berlin und Stuttgart und wo es überall war, dann gab es plötzlich den großen Knall, auch in Stuttgart, wo, äh, Jugendliche, überwiegend Jugendliche, angefangen haben, ähm, Randale zu machen, ja, so, und was denkst du, was da plötzlich wieder los war? Da waren viele derer, die gesagt haben, Black Lives Matter super, Martin Luther King und so, und Freiheit und bla, die waren da plötzlich wieder ganz anders drauf, so, weil da war plötzlich diese, das ist dann nicht mehr so abstrakt, ja, wie, wie in den USA, wo wir sehen, oh, da wären plötzlich, plötzlich sind da ganz viele schwarze Opfer, äh, Polizeiopfer da und so, aber, das wäre doch ein Anlass, um eben zum Beispiel über, derartige Opfer hier bei uns zu sprechen, tut aber keiner. Ich hab mir heute angefangen, übrigens eine, ein super Hörtipp an alle HörerInnen, äh, die jetzt auch live oder später hören und auch an dich, Elias, ähm, es gibt, ähm, einen Podcast beim WDR, ich kann das dann nochmal verlinken, dass wir es in die Show Notes schmeißen, über den Fall Ori Jalloh, äh, alter Falter, das geht, es ist, ähm, geht über fünf Folgen und die, äh, Autorin dieses, äh, Podcast hat, äh, seit dem Vorfall, das war 2000, ich müsste lügen, fünf, glaube ich, Ich hatte gerade irgendwie vier im Kopf, aber, oder vier, ja, so in der Drehe, seitdem, äh, hängt die an diesem Thema und arbeitet das auf immer wieder und was, wenn du das hörst, du kriegst, du kriegst die Krise, du kriegst die Krise und denkst so, das ist unmöglich, das ist unmöglich, wir, wir, was da passiert ist. Ja, das sollte man vielleicht tun. Möchtest du mal? Ähm, ich weiß nicht, wenn du dir das angehört hast, bist du vielleicht tiefer drin. Also, ich weiß halt, dass es, ähm, ein Afrikaner war, der in der Zelle verbrannt ist. Mhm. Genau. Also, Polizei sagt, wir waren das nicht, das war er, die Hinweise sagen, das war die Polizei. Äh, vielleicht noch ganz kurz, weil das soll, das ist ein ganz wichtiges Detail, er ist in der Zelle verbrannt, genau, er war in der Zelle an allen Gliedmaßen fixiert, stark alkoholisiert und hatte nach vorheriger Durchsuchung durch Polizeibeamte und Beamtinnen vermutlich nichts mehr in den Taschen und ist in dieser Zelle verbrannt. Und alle so, hat er selber gemacht, mit Feuerzeug wahrscheinlich. So, und es ist, wie soll ich sagen, es ist offensichtlich, dass er das nicht selber gemacht haben kann. Das haben auch ganz viele Gerichtsverfahren, Untersuchungen, was heißt ganz viele, zu wenige, aber die, die stattgefunden haben, haben das auch ergeben. Aber es hat zu keinerlei Konsequenzen geführt, bis heute nicht. Und wenn man sich diesen Fall anhört, vor allem, wie lange sich das schon zieht, bis ins Jahr zuletzt 2000, ich glaube, 18, ich will nichts Falsches erzählen, 2018 gab es... Hat doch irgendein Gericht das eingestellt, die Ermittlungen. Ja, so gewissermaßen eingestellt beziehungsweise wurde wohl ein Polizeibeamter irgendwie zu einer mehr Geldstrafe von 2000 Euro oder so verdonnert, weil er seine Aufsichtspflicht nicht oder irgend so was. also wo du denkst, das kann nicht sein. Und jetzt haben sie zuletzt im Oktober 2019, da gibt es mittlerweile wirklich ganz viele Menschen, die sich mit diesem Fall auseinandersetzen, haben sie jetzt nochmal einen Facharzt konsultiert, der nochmal die Röntgenaufnahmen und ähnliches alles nochmal angeschaut hat und dabei wurde festgestellt und zwar ganz eindeutig festgestellt, dass Ori Jallot verprügelt worden sein muss und zwar massiv. Also der hatte alle möglichen Frakturen und Brüche und keine... Also kurzum, einmal das wird in diesem Podcast behandelt und du kriegst wirklich, da läuft ja wirklich ein kalter Schauer über den Rücken und zum anderen wird deutlich, dass dieses betreffende Polizeirevier nicht nur diesen einen Fall zu verantworten hat, sondern dass es da noch mindestens zwei andere ungeklärte Fälle gibt, die jetzt nicht mit Verbrennung oder verbrannten Menschen endeten, aber zumindest mit Tod auch von Alkoholisierten, die da mal in die Ausnüchterungszelle gekommen sind. Also kurzum, echt schlimm. Und da reden wir über Sachsen fucking Anhalt und du denkst so, Leute und wir gucken, also jetzt bin ich an der Stelle, wie du am Anfang machst, so von wegen, ich will ja jetzt nicht auf andere Länder zeigen und so, aber George Floyd und die ganzen Opfer. so schlimm ist, das sind in anderen Ländern. Genau. Also ich stelle mir das Leben in den USA echt schlimm vor. Also das ist ja, muss man sich vorstellen, ich meine, ich verstehe die Polizisten dort, du musst damit rechnen, dass jederzeit jemand auf dich schießen kann. Aber trotzdem. Also es gibt ja massiv viele Videos, wie die Polizisten einfach schon direkt mit gezogener Waffe und aggressiver Haltung und auf den Boden runter und dann bewegt er sich ein bisschen und dann schießen die. Ja. Und du denkst dir so, was zum Henker muss in einem Land schief laufen, dass so etwas passiert. Ja. Ich meine, ich bin echt froh, dass es in Deutschland die Gesetze gibt, die es gibt zu Polizeigewalt. Sie werden, wie im Fall Origiallo nicht ordentlich eingesetzt. Aber es kommt normalerweise zum Glück, zu Ermittlungen und so weiter. Also da können wir uns echt glücklich schätzen, dass es dann doch so was, dass wir kein USA sind. Ich weiß, glücklich, wir können uns was ist, also weniger schlecht schätzen. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, es scheint offensichtlich nicht ganz so schlimm zu sein, wie in den USA. Wir haben das, ich glaube, in einer der vorletzten Plauderstunden oder so hatten wir das ja schon mal so kurz thematisch, das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei. Ich bin da echt sehr vorsichtig, weil ich glaube, das Thema Polizeigewalt ist ein spezielles und da sind wir noch lange nicht an dem Punkt. Oder sag mal so, wir sind noch nicht mal an dem Punkt angelangt, den die jetzt in den USA erreicht haben. Sagen wir es mal so. Ne, das glaube ich nicht. Problem ist ja auch, warum geht man zur Polizei? Also der Meister geht ja zur Polizei, weil er sich im Staat verbunden fühlt und weil er irgendwie die Werte schützen will und so weiter. Also schon das Klientel, was sich überlegt, zur Polizei zu gehen, ist ein gewisses Klientel. Das ist so. Es gibt natürlich auch Menschen, die dem Klientel nicht entsprechen. Natürlich, ich meine, ein großes Beispiel, was ich da immer mitbekomme, weil er eben hier viel Öffentlichkeitsarbeit macht, ist der Oliver von Damprowski. Kennst du ja bisschen auch. Ja, das ist natürlich wirklich ein sehr angenehmes Beispiel. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch Rainer Wendler, ne? Rainer Wendt. Oder Rainer Wendt. Rainer Wendt. Rainer Wendt. Uh, Rainer Wendt natürlich. Klar, Rainer Wendtler. Ja, genau. Und ich hatte das hier, ich war unterwegs mit Leuten, einer war Polizist. Hm. War Silvester, ja. Und dann waren wir hier, wir haben hier so ein kleines Schlösschen. Und, ja, da waren eben die Leute beisammen. Wir haben in Saarbrücken einen relativ hohen Ausländeranteil. Oder Leute mit Migrationshintergrund. Oder, oder, oder. Also wir haben hier als Studentenstaaten natürlich auch viele, die keinen deutschen Pass haben. Deswegen sage ich das jetzt so. Und, äh, ja, wir sind halt drüber geschlendert. Und, ähm, der guckt sich dann halt halt um und sieht halt, es war halt irgendwie der Treffpunkt von irgendwie, äh, einem Verwandten, einem Freundeskreis. Keine Ahnung. Da hast du es wahrscheinlich in seinen Augen gesehen. Das war ähnlich so geheuer. Dann hat er auch so überlegt. Die Lage gecheckt immer, ja. Ja, da hat er auch laut überlegt, soll ich jetzt den Kollegen auf der Wache Bescheid sagen, dass hier zu, zu viele Leute sind? Ach so, in Corona-Zeiten meinst du? Nein, nein, nein. An Silvester. Dieses Jahr an Silvester. Also. Wie, dass da zu viele Leute sind? Ah, okay. Ja, das war halt voll. Und die haben halt die Knaller gezündet und so weiter. Mhm. Wo du dir dann denkst, also natürlich habe ich mich auch um ein bisschen schlecht, äh, unwohl gefühlt dort. Aber ich mag keine Knaller. Das ist mir egal, wer die wirft. Ich mag keine Knaller. Punkt. Ja. Und, äh, nee. Und dann waren wir weiter weg und da waren halt dann hauptsächlich Deutsche aus Szene und da war es ihm dann wurscht. Ja. Wo du dich dann schon fragst. Also, ich meine, natürlich wirst du als Polizist meistens nur mit dem Abschaum, so aggressiv, das ist immer hier ausgedrückt, der Menschheit konfrontiert. Und das ist nun mal in den unteren Schichten eher verteilt, oder beziehungsweise, es kommt eher ans Licht und, äh, weil kleinerer Wohnraum und mehr Konfrontation und, äh, und das, die untere Schicht wird hier halt häufig von ehemaligen, äh, Gastarbeitern gebildet, oder, oder, oder. Und dementsprechend kommst du damit viel in Kontakt und kriegst halt dein Bild dann auch eher bestätigt, weil den Ausländer, der sich, oder der Mensch mit Migrationshintergrund, oder, 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 der sich hier halt integriert und der nichts, also der fällt einem nicht auf. Die Polizei kriegt immer nur die Negativbeispiele mit. Und da könnten halt viele, die schon mit dieser Voreinstellung, dieser Vorprägen oder Hingehen halt noch bestätigt werden, dass es halt echt ein gefährliches, eine gefährliche Gemengelage. Ja, wobei das ja, das betrifft ja jeden, also, das betrifft ja alle Bevölkerungsschichten, nicht nur irgendwelche sogenannten, äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder Gastarbeiter, sondern das können ja eben so, äh, Deutsche, also das ist so. Ja, 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 aber weißt du, der Deutsche, der macht, der wohnt halt hier eben, der ein Verbrechen macht, das fällt ja nicht weiter auf. Na, trotzdem muss die Polizei aber kommen, wenn ein Verbrechen stattfindet, ne? Also, das ist so. Ja, natürlich, aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass halt so, ist da einfach, also Menschen, die schon mit dieser Vorprägung hineingehen. Ja, da habe ich dir recht. Und die nur suchen, die Bestätigung so, ah, guck mal, ja, ja, habt doch recht, habt doch recht, die brauchen wir hier nicht, ne? Die treffen nicht den, also, den Studenten, den, äh, der hier eine Firma gründer, der die nicht, der die nicht ruft. Natürlich treffen die die nicht, weil die haben damit mit ihm nicht, die haben damit mit ihm keine Überschneidungspunkte. Also, wir können ja, also vielleicht lässt sich es so ausdrücken, der, äh, strukturelle Rassismus, äh, der macht ja ganz viel mit uns. Gewollt oder ungewollt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, oder vielleicht wissentlich oder unwissentlich, ähm, erleben wir den ja Tag ein Tag aus, wir wahrscheinlich eher unwissentlich, weil wir das ja überhaupt nicht wahrnehmen, wir sind davon ja weniger betroffen, wenn überhaupt, ähm, nehmen ihn eher wahr halt als Außenstehender. Genau, genau. Und, und, ähm, eben gerade dadurch, dass die gesamte Gesellschaft damit mehr oder weniger durchdrängt ist, äh, ist es natürlich, kann es ein Erklärungsansatz sein, dass das natürlich dann dazu führt, dass diejenigen, die sich Tag ein Tag aus für die Sicherheit und Ordnung einsetzen, ähm, ja, die gehen natürlich dann mit genau, äh, diesen, äh, diesen Vormerkmalen oder, äh, diesen Attributen, äh, durch die Gegend, ne? Also das ist schon, ja, ja, verstehe, was du meinst, verstehe, ja, ja. Da braucht es Aufklärungsarbeit, da braucht es, ähm, Wahrnehmungsarbeit, so komisch das klingt, aber es braucht einfach Arbeit, 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 Und da muss man jeden Tag daran arbeiten. Das stimmt, ja, ja. Ach Mensch, ey, das ist, äh, eine wirklich sehr spannende Geschichte gerade, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Also wenn ich zum Beispiel sehe, ne, also selbst in San Francisco haben sie die Statue von Christoph Kolumbus abgebaut. Das ist total spannend, äh, eigentlich schade drum, weil der Typ ist ja nicht umsonst so bekannt, äh, es ist halt ein Weißer, der, ähm, irgendwelche U-Einwohner entdeckt hat, ja, ähm, aber wie er mit denen umgegangen ist, darüber wird halt, äh, nicht allzu oft gesprochen, so. Und warum nimmt man, als wieder Aufklärung. Ja, warum nimmt man diese Chance nicht wahr, frage ich mich dann echt so, ne? Ja, es ist leichter, einfach ein paar Statuen umzuschmeißen und dann sagen, wir, uns geht's jetzt besser, wir haben die ja abgeschafft. Ja, aber sie, die, die, die Geschichte ist immer noch da. Sie ist ja nicht weggemacht dadurch, dass man eine Statue umgehauen hat. Und vor allem, ähm, kann sie ja auch immer wieder gewissermaßen auf, flammen, ne? Also, das sehe ich halt als Risiko und dann sollte man wahrscheinlich tatsächlich diese ganzen Sünden der Geschichte und Vergangenheit, ähm, die sollte man doch dann tatsächlich als, als Ausgangspunkt nutzen, um Aufklärung zu betreiben. Mann, warum ist denn das so? Okay, super, klasse. Mensch, wir haben die Lösung gefunden, super. Es bringt ja nichts materielles Aufklärung. Ja. Also, man muss das ja bezahlen. Ja. Historiker und Politologen und Ethnologen und, und, und müssten bezahlt werden. Hm. Ja. Und die Mittel bezahlt werden, dass die kommunizieren. Ich meine, es gibt sie ja. Es gibt ja Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber dann müsste denen noch, gut. Andererseits müsste aber auch, müssten solche Leute eben auf die Menschen zugehen und Aufklärungsarbeit betreiben, was auch immer noch, äh, Manko ist, finde ich. Also, viele Leute. Welche Leute? Du meinst die Wissenschaft oder was? Ja, ja, ja. Viele Leute verstecken sich in ihrem Datshaus. Raus aus dem Elfenbein, Elfenbein-Turm. Ja, das war das Ding, was ich suchte. Genau. Elfenbein-Turm. Ja. Wissenschaftskommunikation. Ja. Hm. Also, ich will jetzt nicht nur das Problem auf der einen Seite suchen, dass es, äh, keine Finanzierung gibt oder keine Möglichkeiten gibt. Gibt ganz und gar nicht. Aber das Problem liegt auch auf der anderen Seite. Ja. Aber es müsste auch gefördert werden. Also, es passiert, wenn man halt in die Öffentlichkeit geht, was momentan ja von manchen Wissenschaftlern passiert, wenn man dann sieht, was da zurückkommt. Ob man dann Lust hat, das zu machen, ist auch eine andere Frage. Hm. Das stimmt allerdings, ja. Da gibt's übrigens, da muss ich mal gucken, ich hatte mir da so einen Artikel rausgesucht, den hatte ich bei mir nämlich in, äh, Read Later. Hier, genau. Äh, äh, für diejenigen, HörerInnen, die vielleicht in der Nähe von Köln leben. Ha, ha, ha. Ähm, es gibt da eine Ausstellung, die nennt sich Dynamische Räume im Museum Ludwig in Köln. Und die versucht, das finde ich ganz interessant, nämlich, äh, eher bezogen auf Kunstgeschichte natürlich, die sogenannten blinden Flecken in derselben irgendwie anzusteuern. ähm, ähm, das, äh, Center of Unfinished Business, äh, Business, nennt sich das, das ist so eine, so eine Künstlergruppe, Künstlerinitiative, die versuchen, ähm, den Besucherinnen dieser Ausstellung, also die, also die präsentieren den an die Bibliothek, ja, ähm, mit verschiedenster Literatur, aller möglichen Literatur, aus allen möglichen Epochen, zu allen möglichen Themen, und versuchen, den, äh, Besuchern dieser Ausstellung die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren, und zwar mittels Notizen, Hinweise und Ähnlichem. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist auch so ein Ansatz, ne? Ich kann mir das natürlich jetzt schwerlich vorstellen, bei irgendwelchen Museen oder, äh, Volksmuseen oder Ähnlichem, da wird es sicher schwierig, dass man da den Leuten sagt, hier, werft da mal einen Zettel oder klebt da mal einen Zettel dran, aber das ist deren Vorgehen, finde ich ganz spannend. Also wer in der Nähe ist, äh, ich weiß nicht, wie lange noch, aber da gibt es im Museum Ludwig in Köln dynamische Räume. Das, ich meine, wir haben Internet mittlerweile, das bietet so viele Möglichkeiten, ein QR-Code auf irgendeiner Website, wo man Kommentare hinterlassen kann, sich austauschen kann, und das kostet nicht so besonders viel, ist super einfach, und gut ist die Sache, also nicht gut ist die Sache, aber man hat eine Sache, die man, äh, zum Austausch, zum Informieren und so weiter benutzen könnte. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Hm. Hm. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja. Man muss sich überlegen, kannst du bei jedem, bei jeder Statue, ob es jetzt Winston Churchill ist oder Gandhi, bedarf es einer Erklärung. Churchill war halt einfach Rassist, Sexist, Gandhi war extremer Sexist angeblich, sehr frauenfeindlich eingestellt, muss man eigentlich erklären, ne? Das ist, glaube ich, die Aufgabe der Zukunft. Schreib dir das mal auf, du. Schreib dir das auf, ich meine, das ist dein Gebiet, meins weniger. Oder vielleicht kann man, kann man das zu einer Wirkungsstätte machen oder zu einem, äh, Aufklärung. Ja, 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 ja. Das wird, glaube ich, echt Not tun in, in den nächsten Jahren. Ja, das tut's, also es hätte es schon Not getan in den letzten Jahrzehnten. Wir haben gerade so einen guten Ausgangspunkt, deswegen so, also jetzt die Chance ergreifen. Meinst du, gemeint so einen gesellschaftlichen Aufbruch einfach schon? Diesen Schwung, der, der, der da gerade irgendwie herrscht, ich hoffe, er bleibt auch und er bleibt zu halten, den, den müsste man sich echt zunutze machen. Vielleicht sollte man, ähm, eine Initiative starten und an, ähm, Museen herantreten, die, ähm, oder verantwortliche Behörden oder Institutionen oder Ämter, die für die Pflege, zum Beispiel von irgendwelchen Denkmäern und so, das zuständig sind. Ja, äh, Denkmalamt, ja. Ja, ja, okay. So heißt das. Die Denkmalpflege. Bei uns ist die Denkmalpflege eher, ich bringe das immer, gerade mit Architekturenverbindung bei uns, das ist, Nee, nee, die haben beides normalerweise. Das sind die berühmt. Ja. Ich habe ja schon dort, äh, Praktikum gemacht, hier im Saarland, das Denkmalamt und die sind, es gibt die Bodendenkmäler und die Baudenkmäler. Ja, genau, stimmt, ja. Baudenkmäler ist die Architektur eher und die Bodendenkmäler eigentlich das alles, was in der Erde drin ist und irgendwo, äh, gehören da auch die Statuen dazu. Ja. Aber das sind normalerweise ausgebildete Historiker oder Architekten. Leider viele Architekten, ähm, wo ich mir dann denke, so, wäre es nicht sinnvoller, da Historiker unterzubringen, die sich ein bisschen in die Architektur einarbeiten. Aber gut. Ja, stimmt. Das kann ich nicht beurteilen. Stimmt. Also zumindest wäre es vielleicht überlegenswert, den Anteil an Historikern zu erhöhen in, äh, in solchen Behörden. Und gnadenlos unterfinanziert. Ja, 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 ja. Ja, ähm, da sollte man mal rangehen. Da sollte man mal rangehen. Ich meine, selbst wenn es, du sagst das selber, also selbst wenn es erst einmal nur, ja, gut, das ist aber auch zu wenig. Ich überlege gerade, weißt du, ob man zum Beispiel irgendwie versucht, einen Diskurs zu, äh, denk mal XY zu eröffnen und das Ganze erst mal im Netz. so, aber das ist halt echt einfach nur das Netz, das ist eigentlich auch schon fast wieder vielleicht echt ein bisschen schwach. Da kannst du ja auch eine Messingtafel drunter heften. Das ist, na. Ja, das Netz bietet zumindest Möglichkeit der Interaktion. Das ist richtig, ja. Also ich, natürlich ist es am schönsten, aber, ich meine, du kannst auch nicht da ein Buch hin hinlegen. Das wird dir auch keiner lesen. Du musst, ja, ja. ist ja markant, mit wenig, mit wenig Länge die Informationen verständlich und prägnant haben. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, es läuft hinaus auf diese Zimmerer-Variante. Also tatsächlich so auffällig wie möglich darauf hinweisen, da ist etwas damit. Aber dann müssen sich die Menschen doch trotzdem selbst informieren, oder? Naja, das tun sie aber gezielter, wenn sie das Gefühl haben, dass mit Denkmal XY irgendwas komisch ist. Das steht eben jetzt nicht senkrecht, ja. Sondern meinetwegen liegt es halt eben waagerecht oder steht schief oder sowas in der Art. Vielleicht eher sowas in der Art. Oder aber wirklich so ein Gegenstück mit hinstellen. Aber das kostet natürlich wieder Geld. Also so oder so ist das schon mit, ja, einigen finanziellen Transaktionen verbunden, würde ich mal sagen. Ja. Interessant. Ich würde aber mal behaupten, dass wir da nicht die Antwort drauf finden können. Ich befreitere auch. Sondern nur uns einfach mögliche Gedanken dazu machen. Mhm. Und ja, wir sind jetzt, denke ich, zumindest so weit gekommen, dass wir mehr Beschäftigung brauchen, dass wir Aufmerksamkeit brauchen. Sei es eben in die Zimmerer-Variante, zum Beispiel, dass wir die Sachen hinlegen, einbuddeln zur Hälfte oder eigentlich irgendwie aufmerksam machen, beschäftigen wir euch damit. Ja. Wann könnten wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich damit zu beschäftigen, mit einem QR-Code, mit einer, einer Tafel tatsächlich einfach, damit man weiß, wer das ist. Ich meine, wenn ich jemanden... Oder warum es so steht, wie es steht. Ja. Ja, ja, doch, ja. Das recht. Aber ich denke, wenn jemand, der sich jetzt nicht mit Geschichte auskennt, an dem Denkmal vorbeiläuft, was da steht, das wir benutzt haben von den drei Leuten. Ja. So, was ist das? Das wissen die wenigsten. Ich meine, selbst wenn ich vorbeigelaufen wäre, ich meine, ich hätte wahrscheinlich irgendwie noch den afrikanischen Hintergrund erkannt, weil die Gesichtszüge und sowas, was das jetzt genau sein sollte, dazu muss man dann natürlich schon zumindest einführende Informationen bieten. Ja. Ja. Und dann halt, das bietet das Internet Möglichkeiten, Verlinkungen, Weiterreichungen, Videobeiträge, Audiobeiträge, Podcasts. 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 Insbesondere Podcasts. Ja. Ja. Also gut. Ein Appell von uns für mehr Arbeit an unserer Vergangenheit. Nicht wahr? Korrekt. Richtig. Absolut. Da sind wir absolut d'accord. oder bin ich d'accord mit dir? Richtig. Ja, liebe HörerInnen, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, eure Meinung kundzutun zu diesem Thema, vielleicht widersprecht ihr auch dem, was Elias sagt oder was ich sage, dann könnt ihr das gerne auch anonym tun. Ihr könnt uns auf der Internetseite historia-universales.fm und der jeweiligen Folge, zum Beispiel eben jetzt unter dieser hier, einen Kommentar abgeben. Ihr müsst da jetzt nicht euren Klarnamen hinschreiben. Ihr könnt das auch unter einem Pseudonym tun. Paul von Leto Vorbeck. Genau. Oder Hagenbeck. Ja, tut das gern. Also es würde mich sehr interessieren und insbesondere sehr freuen, wenn wir da eine Meinung von euch hören, Feedback dazu bekommen, was ihr darüber denkt, wie ihr das so seht. Das ist ja, glaube ich, auch Teil dieses Diskurses, dass man sich darüber austauscht, was es so für Ideen, Varianten, Widersprüche, vielleicht auch Denkfehler gibt, denen man nachhängt. Ja, ihr seid also aufgefordert, aktiv zu werden. Und des Weiteren sind wir jetzt soweit, damit wir weiter kostenlos und informativ unsere Beiträge machen können, haben wir uns ein kleines Konto bei CoffeeMeer eingerichtet, nicht wahr? Sehr guter Hinweis. Ich hätte da jetzt gar nicht dran gedacht. Genau. Da wir, glaube ich, alle, also der Olli, der Elias und ich, Freunde des guten Kaffeegenusses sind und wir uns diesen auch ganz oft einverleiben müssen, um aktiv und energisch und energiegeladen euch jede Woche, fast jede Woche zu bedienen, habt ihr die Gelegenheit, auf Coffee zu gehen. Da gibt es dann einen Link in den Show Notes, den ihr da findet. Wenn ihr da drauf klickt und dann einen Kaffee, zwei Kaffee, drei Kaffee, wir sind ja mindestens drei in der Regel, ja, dann spendet uns doch einfach mal drei Kaffee und dann habt ihr ein bisschen dazu beigetragen. Musst du ja nicht trinken. Ich weiß. Nein, nein. Jetzt hier der deutsche Soldat wieder in der Mitte, der drei Kaffee trinken will. Nee, nee, nee. Kaffee. Kaffee. Ach so, ich bin wieder los. Kaffee. Ich finde Kaffee ist viel schöner. Ja, spendet uns gerne Kaffee über ko-fi.com und alles weitere findet ihr in den Show Notes. Da würden wir uns sehr freuen. Wir haben da mittlerweile auch eine Möglichkeit der Direktüberweisung eingerichtet oder Paypal. für die E-Lotter. Ja, genau. Gerne auch per Paypal. Geht schnell, geht ruckzuck. Kostet zwar Gebühren, ist nicht ganz so schick. Am einfachsten und am, ich sag mal so, kostengünstigsten für alle ist es, wenn ihr einfach eine ganz klassische Überweisung, SEPA-Überweisung an die angegebene Bankverbindung, die ihr unten in den Show Notes findet, vornehmt. Ja, und dann können wir hier weiter frei von der Deber weg unser Gedankengut in euer Ohr streuen. Oder weniger frei in den normalen Folgen, die ja alle zwei Wochen kommen, im Abwechslung mit den Plauderstunden, wo wir dann informativer reden können, weil wir vielleicht insbesondere in meinem Fall vielleicht einen einen oder anderen Job nicht annehmen müssen. Oha, ja, genau. Ich hab da schon so ein bisschen was vorbereitet für die nächsten Wochen. Ich freu mir, sag ich dir, auf die nächste von mir vorbereitete Folge, darauf freu ich mich. Da bin ich ja gespannt, da bin ich gespannt, das wird schick. Super. Okay. Elias, du, das war eine interessante Gesprächsstunde heute. Ja, nur ein bisschen mehr als eine Stunde. Ich fand es interessant, dass wir uns mal miteinander ausgetauscht haben darüber und unsere Sichtweisen abgeglichen haben. Und ja, wünsche dir, dass du weiterhin aktiv bleibst. Ja, bitte, dass wir weiterhin oft miteinander sprechen werden. Und euch, liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören und für eure Geduld. Und wie gesagt, kommentiert gern, rezensiert und so weiter. Spendet, spendet, spendet. Und wir hören uns dann wieder irgendwie in Kürze. Als bald. Wiederhören. Tschüss, Elias. Ciao. I drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. So, Ich bin bereit.